Die folgenden Nachrichten sind mit künstlicher Intelligenz erzeugt und frei erfunden. Eine der Nachrichten basiert aber auf einer wahren Begebenheit. Hier ist das allerletzte deutsche Fernsehen mit der Tagesshow. Heute im Studio Torben Schrötzer. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesshow. Die Stiftung für erneuernde Innovationen hat einen Preis für ein Automobil mit einer alternativen Antriebsart verliehen. Durch die innovative Antriebsart des Automobils, beruhend auf einer erneuerbaren Energiequelle, ist das Auto komplett emissionsfrei. Die Big Spielwarenfabrik nahm den Preis für ihr Bobbycar dankend an. Eine lesbische Aktivistengruppe hat überraschend ihre Unterstützung für die AfD-Parteivorsitzende Alice Weidel zum Ausdruck gebracht. Der Grund sei, dass nach Crenshaw's Intersektionalitätstheorie Weidel als lesbische Frau in der Hierarchie der Diskriminierten einen wichtigen Platz einnehme. Weidel freute sich über die Unterstützung und nahm diese als Anlass, den AfD-nahen Verein Rechte Frauen für Frauenrechte zu gründen. Dies sorgte allerdings AfD intern für Streit. Björn Höcke sprach davon, dass das Wort Frauenrechte ein Oxymoron sei. Tino Chrupalla stellte sich daraufhin in einer nichtintimen Weise hinter Frau Weidel und forderte Höcke auf, keine Anglizismen zu verwenden und Deutsch zu sprechen. Am vergangenen Dienstag hat sich die Tierschutzorganisation Menschen für die entschlossene Tötung von echten Raubtieren, abgekürzt META, gegründet. META möchte weltweit Raubtiere dem Bestand dauerhaft entnehmen, um das insgesamte Wildtierleid zu verringern. Auf der Gründungsversammlung kreischte einer der Teilnehmer, dass der Mensch das größte Raubtier sei und schoss mit einer Schusswaffe um sich. Glücklicherweise wurde aufgrund fehlender Treffsicherheit niemand verletzt. Der Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und in einen Käfig gesperrt. Mit künstlicher Intelligenz erstellte Fake News sind auf dem Vormarsch. So kursierte beispielsweise vergangenes Jahr ein äußerst echt wirkendes Foto eines Treffens zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Auf dem Foto ist zu sehen, wie Wladimir Putin vor Xi Jinping kniet. Dieses Foto wurde allerdings mit künstlicher Intelligenz generiert und ist nicht echt. Experten warnen vor Desinformation durch KI-generierte Inhalte. Und nun die Wettervorhersage für morgen, dem Heute der Zukunft. Ein wuchtiges Tieflastgebiet bringt eine Warm-Wetter-Kaltfront, welche sintflutartige Regentröpfchen mit sich bringt. Bitte halten Sie Ihre Arche oder einen Regenschirm bereit. Vereinzelte Sonnenwinde können für flächendeckende Windböen von bis zu 50 Quadratmeter pro Kilogramm führen. In der Nacht weitestgehend trocken, abgesehen vom einsetzenden Starkregen. Am Ende der Nacht tritt Helligkeit ein. Am Tag ab und an verschiedene Temperaturen. Gelegentlich treten Wetterphänomene auf. Damit verabschieden wir uns und wünschen einen möglichst angenehmen Tag. Auf Wiedersehen.